Die Brexit-Verhandlungen werden nun zur Chefsache. Am Nachmittag werden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Premierminister Boris Johnson in London nach Lösungen über einen EU-Handelspakt suchen. Den Unterhändlern war es trotz intensiver Gespräche in dieser Woche nicht gelungen, einen Durchbruch zu erzielen. Am Abend gaben sie schließlich auf, zumindest vorerst. Am 31. Dezember endet die Brexit-Übergangsphase. Sollte eine Einigung nicht mehr rechtzeitig gelingen, drohen nach dem Jahreswechsel Zölle und hohe Handelshürden.